Dies ist der Sterse in der Sowjet und der Zegersdorf. Entschuldigen Sie die Sterung. Dieser Käfig beinhaltet Kaninchen. Kaninchen hat Tollwut. Ich will streicheln, Kaninchen. Ich habe Tollwut. Schnell! Ich bin gesund. Aber eure Medien jammern immer über Zuckerberg und sein Facebook. Uns kümmert das nicht. Guckt an, unser Internet ist sowieso zu langsam. Download von Kevin allein zu Haus läuft seit 1998. Und B ist Zuckerberg nur wieder so ein Problem, das nur ihr habt. Ihr macht euch Sorgen um eure Privatsphäre. Zurecht! Wenn sensible Daten in die falschen Hände geraten, dann kann das schnell den Job kosten, die eher ruinieren, dich zum Dissidenten machen oder ure peinlich sein. Aber ihr wisst doch, dass ihr ohne das Internet im Leben nicht weiterkommt. Zuckerberg lebt von diesem Dilemma. Wer lebt sogar sehr gut davon. Muss man ihn gratulieren. Er ist eben ein Gewinner in der Konkurrenzgesellschaft. Und ihr seid alle Loser. Also schafft diese Gesellschaft endlich ab oder strudelt auf ewig dahin im Kampf um eure Daten. Aber das wäre ungefähr genauso blöd, wie einen tollwütigen Hasen zu streicheln. Und sich dann über das Gegengift zu freuen, wenn er einen beißt. Das war's. 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 Vielen Dank.